Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hoffe, es ist das. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Ein jedermann umgibt sich gern mit schönen Dramen, das geb ich gerne zu. Und weil denn es ist bei mir zum meisten dran. Ich spreck die Ange und verschwinden sie im Mund. Ich fäng schon an, mit dem Geheimen zu versuchen. Da gab ein guter Freund, wohl wollen wir den Ort, es in der Zeit, um doch einmal zu versuchen. In der Rubrik, ich hab dich lieb eingefraut. Ich steig, 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 ich steig. Ich steig, 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 ich steig Eine schöne Frau mit gelbter, blondter, braun, da bleib ich flexibel. Eine, die mir gut gefällt, eine, die mich unterhält und mich erlöst von all den Jübeln. In der Bix der Tanne kann die sich annoncieren. Nun warte ich voller Sehnsucht auf die Resonanz. Ein stilles Telefon kann mich nicht irritieren. Heute in der Früh, da klingelt es an meiner Tür, ein Brief vom Amt für Telekommunikation. Ich hätte versäumt die Rechnung zu amortisieren, Leitung gekappt, voller hohen Schweigstelefon. Untertitelung des ZDF, 2020